Heizocken. Socken, die heizen können. Oder sind sie doch nur ein überflüssiges Gadget für den Bergsport, das 11 von 10 Orthopäden seltsam finden? Das finden wir heute raus im Heizocken-Review der Lenz Heatsocks. Wie immer vorweg, damit ihr Bescheid wisst, dieses Produkt wurde mir nicht zur Verfügung gestellt, ich bin nicht dafür bezahlt worden, sondern habe die stolze Summe vor langer Zeit selbst in die Hand genommen und es bereut? Naja, mal schauen. Für die Fraktion Was für Socken? Erstmal eine kurze Erklärung, was Heizocken sind, wie Heizocken funktionieren, warum Heizocken Heizocken heißen und wie heiß Heizocken eigentlich werden. Also Heizocken. Heizocken sind im Prinzip nur Heizprodukte und die funktionieren von der Idee her alle gleich. Wir haben zum einen erstmal eine ganz gewöhnliche Socke. In diese Socke wird jetzt ein Heizelement eingearbeitet. Also kurz gesagt Fasern, die warm werden, wenn ein Akku dranhängt. Diese Akkus sind stinknormale Lithium-Akkus mit allen stinknormalen Vor- und Nachteilen. Die gibt es dann zumeist mit unterschiedlichen Kapazitäten, sodass man länger oder kürzer was davon hat. Die Heizocken haben den Ruf, die komplette Socke aufzuwärmen, sodass kalte Füße grundsätzlich nicht mehr passieren können. Das ist aber ein Trugschluss. Die Hersteller beheizen in 90% der Fälle nämlich lediglich die Zehen, also den Bereich, an dem üblicherweise die Naht der Socke verläuft. Ganz wenige Hersteller beheizen zusätzlich zu den Zehen auch die Ferse punktuell, sodass hier nochmal extra Wärme entsteht. Warum machen das die Hersteller? Nicht, weil sie zu faul sind, die Heizelemente durch den gesamten Socken zu ziehen. Es hat zwei technische Gründe. Der erste technische Grund, Heizelemente brauchen Platz und sind spürbar. Die komplette Socke würde damit insgesamt sehr viel dicker werden und das ganz ohne Effekt, denn der Körper ist eigentlich ganz witzig. Sind die Zehen warm, ist auch der komplette Fuß relativ warm. Die meisten Erfrierungserscheinungen am Fuß gibt es nämlich immer zuerst bei den Zehen. Ein großes Problem dabei ist, dass die Zehen bei Kälte nicht so gut durchblutet werden können wie der Rest des Beins. Eine gute Durchblutung verhindert das Abfrieren der Zehen aber. Somit wird darauf geachtet, dass vor allem die betroffenen Stellen bei Heizsocken gut geschützt werden. Der zweite Grund für das Aussparen des restlichen Fußes ist die Akkuleistung. Der Akku ist nämlich klobig und schwer. Viel Milliampere Stunden heißt ja auch viel Gewicht. Bei einem Socken natürlich nicht gerade angenehm. Dazu kommt noch, dass der eh schon auffällige Akku bei der Beheizung der Zehen gerade mal auf 10 bis 16 Stunden Heizleistung kommt, je nach Hersteller und Modell. Wenn man die gleichen Milliampere Stunden jetzt auf den gesamten Fuß ausweitet, bleibt am Ende kaum noch Kapazität für eine lange Nutzungsdauer übrig. Womit wir eigentlich zum nächsten Punkt kommen können. Dem Akku. Der Akku wird meist über spezielle Ladesysteme aufgeladen und hat auch einen speziellen Anschluss direkt an der Socke. Die Heizsocken werden oben am Ende des Bundes mit dem Akku verbunden. Da nerven sie nicht wirklich und sind in der Regel so hoch, dass alle Arten von Schuhe inklusive Skischuhe und Kategorie D Schuhe nur mit Gamaschen immer noch unter den Akku enden. Der Akku wird letztlich unterschiedlich fixiert. Manche Socken haben eine kleine Tasche, andere wie diese hier eingeblendet werden einfach umgeschlagen, um fixiert zu werden. Womit wir zur Temperatur kommen. Die Socken werden natürlich bei hoher Leistung auch warm. Aber nicht so warm, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt. Heizsocken sind selbst bei höchster Leistungsstufe immer noch warm, aber eben nicht heiß. Das hat natürlich einen Sicherheitsgedanken inne. Man sollte sich eben nicht verbrennen. Socken verschiedener Hersteller werden auch immer unterschiedlich warm. Jedoch wird die Temperatur von 40 Grad in der Regel nie überschritten. Die Technik dahinter funktioniert jedenfalls. Die Zehen bleiben warm genug, sodass das Abfrieren während der Laufzeit eigentlich unmöglich ist. Aber hier kommen wir jetzt zur großen Gefahr von Heizsocken. Natürlich sind Heizsocken für die Nutzungsdauer super praktisch und ein wirklich netter Helfer. Aber was, wenn der Akku leer ist? Was, wenn der Akku versagt? Was, wenn die Heizelemente versagen? Was ich damit sagen will, elektronische Helfer am Berg bergen immer die Gefahr, dass sie bei Versagen eben zu einer großen Katastrophe führen können, wenn man sich zu sehr auf ihre Funktionsweise verlässt. Soll heißen, ich gehe nicht in Flipflops Eis klettern, nur weil ich Heizsocken habe. Wobei Socken in Flipflops grundsätzlich ein Grund für die Höchststrafe wären, ob beheizt oder nicht. Technische Hilfsmittel sind eben praktisch, aber auch eine Gefahr, wenn sie ausfallen. Und ganz ehrlich, ein leerer Akku ist, glaube ich, bei irgendeinem Gerät jedem von uns schon mal irgendwann zu spät aufgefallen. Das ist natürlich nicht unbedingt ein Kritikpunkt an der Idee, aber etwas, was man auf jeden Fall bedenken muss. Und zuletzt im allgemeinen Teil der Preis. Heizsocken sind arsch teuer. So unfassbar teuer, dass es eigentlich nur lächerlich ist. Die berühmteren Marken unter den Heizprodukteherstellern sind hier sowieso ganz, ganz absurd. Zumindest, wenn man sich die reinen UVPs ansieht. Aber jetzt zu den Lenz-Heizsocken hier. Lenz-Heizprodukte kauft man immer getrennt. Das hat den Vorteil, dass man einzelne Teile aufstocken oder nachkaufen kann, ohne immer gleich wieder komplett alles neu kaufen zu müssen. Heißt, die Socken kauft man einzeln und die Akkumodule kauft man einzeln. Man hat den Eindruck, die Socken wären billig für die Technologie, bis man eben merkt, dass man ja noch gar keine Akkus im Warenkorb hat. Aber zum Preis komme ich später nochmal. In meiner Nutzungszeit habe ich die 5.1 Regular Fit und die RCB1200 Akkus verwendet. Und über genau die möchte ich euch jetzt am unbeheizten Techniktisch etwas mehr erzählen. Los geht's! So, ein paar Punkte gilt es im Bezug auf die Lenz-Heizsocken zu besprechen. Fangen wir mit dem optischen an, mit dem auffälligsten zuerst an. Man sieht, die sind ganz schön lang. Also wirklich, wirklich lang. Sie sind nämlich eigentlich wie Skisocken konzipiert und das hat natürlich auch einen großen Nachteil. Wer Socken lieber nicht so hoch trägt, also vielleicht nur bis zur Mitte der Wade beispielsweise, der wird mit solchen Socken nicht glücklich sein. Wenn man sie so anzieht, wie sie jetzt hier sind, wobei man sie so nicht trägt, komme ich gleich nochmal zu. Wenn man sie so anzieht, wie man sie jetzt hier sieht, dann gehen sie über die Kniekehle Richtung Oberschenkel hinaus. Das Interessante bei den Lenz-Heizsocken ist aber, dass hier das Akkumodul dran kommt und danach schlägt man inklusive dem Akkumodul einmal die komplette Socke um und trägt die Socken dann letztlich so. Und damit enden sie wieder relativ pünktlich knapp bei der Kniekehle. Hier schaltet man sie dann ein und aus. Da hat man noch mal ein kleines Symbol zur Hilfe, damit man weiß, wo der Button letztlich ist. Ein kleines nettes Feature. Aber andere Sockenhersteller beispielsweise haben hierfür eine kleine Tasche für die Akkus und so weiter. Das lösen alle ein bisschen unterschiedlich. Ich finde das mit dem Umwickeln, also mit diesem Umschlagen einmal, finde ich recht nett gelöst. Aber es ist natürlich auch einfach so designtechnisch die simpelste Lösung, die es gibt. Da hat man sich nicht wirklich viel Mühe gegeben. Schauen wir uns noch kurz die Heizelemente einmal an. Die verlaufen einmal spiralförmig um den Socken. Bedeutet unten am Fuß verlaufen sie am Rist. Das heißt unten an der Sohle ist nix. Die Ferse hat nix. Deswegen nur hier oben am Rist. Dann verlaufen sie spiralförmig und letztlich zur Seite. Die Leitungen verlaufen also nicht so, dass wenn ich quasi meinen Fuß nach vorne drücke oder mein Bein nach vorne schiebe, dann immer wieder auf die Leitung drauf drücke, sondern seitlich. Das ist designtechnisch gut gemacht. Vor allen Dingen für die Langlebigkeit, aber auch für den Komfort, dass da eben nichts drücken kann. Aber kommen wir zum Thema drücken. Was kann denn hier drücken? Ganz interessant ist es, wenn man sich die Heizsocken einmal von innen anschaut, denn dann sieht man erst, wie dieses Ding wirklich funktioniert. Wir haben hier quasi dieses Leitungssystem und vorne dann das Heizelement verbaut und man sieht auf der Oberseite, jetzt sehen wir hier quasi die Oberseite der Zehen, ist das so eine kleine Fläche, die aber seitlich auch noch mal vernäht ist in den ganz normalen Socken und geht dann vorne an der Spitze der Zehen, also sozusagen hier ein bisschen zusammen und geht dann auf der Unterseite der Zehen nochmal ein Stück auseinander. Hier ist die beheizte Fläche. Nicht hier, nicht hier, einfach nur in diesem Bereich. Das ist relativ wenig. Reicht aber in der Regel dafür aus, dass man warme Zehen, auch vor allen Dingen auf allen Zehen, auch der kleine Zehen und auch der große Zeh, die, ja, die Zehen einfach warm bleiben. Das reicht in der Regel. Die Sache ist aber, dieses Ding ist relativ steif. Wenn man sich das ansieht, wenn ich das jetzt hier mal so halte und hier drauf drücke, dann verbiegt sich das Heizelement gar nicht, sondern die gesamte Socke im Prinzip an dem Gelenk zum Heizelement biegt sich ab. Daran erkennt man relativ gut, das Teil ist schon ziemlich, ziemlich steif und es ist nicht gerade bequem. Wenn man aber nicht sehr empfindlich ist, was Socken betrifft und so die Passform von Socken und Nähten und so weiter, dann sind das eigentlich keine großen Makel dieser Socken, sondern die Passform ist okay. Ich persönlich kann mit sowas relativ gut leben, was dann dazu führt, dass ich damit einverstanden bin. Ich kenne aber auch Leute, die sagen, sie sind sehr empfindlich, was Abriebstählen an der Haut betrifft etc. Die können sowas eigentlich gar nicht tragen. Höchstens nochmal mit einer wirklich dünnen, dünnen Socke, die drunter getragen wird, damit quasi dann die Reibung zwischen Socke und Socke entsteht. Dieses doppellagige Sockenprinzip nur eben dann mit einer Heizsocke und für die ist es dann noch okay. Insgesamt muss ich aber sagen, ist es eher für jemanden gedacht, der nicht so sensible Füße hat oder dem das nicht ein großes wichtiges Anliegen ist, dass die Socken super bequem sind. Denn, das muss ich schon sagen, sind sie nicht. Sie sind tatsächlich bequemer als die Konkurrenzprodukte von Thermic beispielsweise, die ebenfalls sehr gut funktionieren, die aber nochmal ein Stück klobiger, nochmal ein Stück kantiger, fester daher kommen als die Lenz Heizsocken. Die sind aber auch ein bisschen besser vom Heizelementaufbau her aufgebaut als die Lenz Socken hier. Notwendig ist das aber nicht. Lenz beschränkt sich hier wirklich auf das absolut Notwendigste, was es braucht und das sind eben die Zehen, diese Zehenbox vorne. Die Nähte von der Verarbeitungsqualität allein sind okay. Sie sind nicht großartig. Dafür, dass das ein Socken ist, den ich zwar ein paar Mal anhatte, aber das muss halt ein Socken abkönnen, sind teilweise Nähte recht lang, recht ausgefranst. Das alles hält. Das will ich gleich vorweg sagen. Das alles hält. Ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass in den nächsten 10, 15, 20 Einsätzen diese Socken aufgeben werden. Aber es ist einfach so eine teure Socke. Wir reden jetzt hier nicht von dem Akku. Wir reden ja hier wirklich nur von 90 Euro Socken mit eben dem Leitungssystem und dem Heizmodul innen. Aber es ist so ein teures Produkt, dass so kleinste Verarbeitungsdetails einfach nett gewesen wären, wenn sie besser wären, wenn sie besser aussehen würden. Von außen kommt die Socke sehr schick und flott daher. Auch wenn ich mir persönlich aus Sockendesign jetzt nicht wirklich was mache. Das Akkumodul, das hier angeschlossen wird, fällt beim Tragen per se gar nicht auf. Sobald mal der Socken quasi einmal so umgeschlagen ist und dann nochmal die Hose drüber ist, hat man es spätestens nach fünf Minuten wirklich vergessen. Das ist wirklich sehr angenehm und die warmen Füße im Prinzip, die vergisst man auch. Man gewöhnt sich sehr stark daran, dass die Füße warm sind. Worauf ich hier auch nochmal ganz klar hinweisen möchte, Akkuleistung, die stimmt. Die Akkuleistung, die die Lenz selbst angibt, die ist korrekt. Auch die anderen Konkurrenzfirmen sind hier nicht mit falschen Zahlen gespickt. Zumindest thermic ist es das nicht. Aber man darf halt nicht vergessen, auf den höchsten Heizleistungsstufen ist diese Laufzeit nicht sehr lang und danach ist halt Schluss. Danach sind die Füße kalt. Das muss man wirklich berücksichtigen. Ich habe es auch schon gesagt, man darf das nicht unterschätzen. Die Füße werden dann kalt. Es ist dann vorbei mit der Heizleistung und dann sollte man schauen, dass man schnell ins Warme kommt oder eben Platz genug im Schuh selber hat, dass man die Zehen eben so viel bewegen kann, damit quasi die Durchblutung ein bisschen gefördert werden kann und die Zehen nicht einfach nur so steif drin liegen. Denn das zum Schluss noch ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr keine Heizsocken habt und auch keine zulegen wollt, weil ihr quasi gerade nicht im Lotto gewonnen habt, dann könnt ihr auch einfach auf ein bisschen größere Schuhe setzen, indem ihr euch mit den Zehen gut bewegen könnt. Denn das führt immer dazu, dass die Durchblutung ein bisschen angeregt wird und auch das führt dazu, dass die Zehen nicht so schnell kalt werden. Trotzdem ist das hier, und das gebe ich gerne zu, wenn sie funktionieren, die Akkus aufgeladen sind und so weiter, die bessere Wahl. Sie funktionieren sehr verlässlich und sie tun, was sie sollen und sie halten meine Zehen warm. Und für nichts anderes besitze ich sie im Prinzip, denn meine Zehen sind mir heilig. Und das können sie. Insofern war ich davon relativ beeindruckt. Wie gesagt, im Sinne der Passform sind sie besser als die Konkurrenz, sind nicht ganz so unangenehm. Aber insgesamt würde ich trotzdem sagen, dass das mit Wandersocken nichts zu tun hat im eigentlichen Sinne. Sie sind nicht ansatzweise so bequem wie normale Wandersocken. Sie sollten wirklich nur dann verwendet werden, wenn es wirklich so kalt wird, dass man Angst um seine Zehen haben muss. Denn sonst gibt es einfach bequemere Optionen. Die Tatsache, dass Lenz selber sagt, dass man das alles fast nicht spürt, das kann ich am Ende des Tages überhaupt nicht so bestätigen. Vor dem Fazit heißt es noch Preis vergleichen. Denn die Lenz Heizsocken sind der Bugatti unter den Heizsocken. Wer aber nur ein Auto sucht, das einen von A nach B bringt, schaut selten zum Bugatti Händler. Es gibt deshalb dank der freien Marktwirtschaft auch viel Konkurrenz. Thermic, also Therm-IC beispielsweise, ist eine Firma, die für ein Eck weniger Geld ebenfalls Heizsocken ähnlicher Qualität herstellt. Der springende Unterschied bei Konkurrenzmodellen ist immer, dass die Heizelemente etwas anders angelegt und damit Geschmackssache sind. Für die Socken alleine heißt es rund 90 Euro UVP hinzulegen. Nur die Socken. Nein, die können nicht Krebs heilen. Die können nur Socken sein. Noch lustiger wird es aber bei den Akkus. Die teuerste Powerbank der Welt kommt nämlich auf schicke 180 Euro UVP. Auch die kann nicht Krebs heilen. Wollte ich nur gesagt haben. Das ist zu viel. Also viel zu viel. Und das können viele andere eben auch ein Stück billiger. Jedoch schafft man es mit etwas suchen, auch immer wieder mal die Lenz Heizsocken für deutlich weniger Geld wo abzuschießen. Kleine Online-Shops oder Lenz selbst haben immer wieder Aktionen, um aus den absurden Bugattis recht ansehnliche Ferraris im Sale zu machen. Aber lohnt sich das überhaupt? Die Lenz Heizsocken sind eine geniale Technologie. Sie retten einem im Zweifelsfall die Zehen und für Eiskletterer, Winterwanderer und Höhenbergsteiger sind diese Dinger vermutlich die größte Revolution und Hilfe, die es nur geben kann. Aber natürlich muss man das Tragegefühl ertragen. Denn die Heizelemente spürt man. Man spürt, dass der Socken irgendwie falsch ist. Aber viele Leute wie ich sind auch nicht wirklich empfindlich und kriegen auch keine Blasen an diesen Stellen. Für sehr empfindliche Füße sind diese Socken hingegen vermutlich eine grobe Enttäuschung, da die Wärme durch die Druckstellen und den komischen Komfort letztlich keinen echten Genuss erzeugen. Insofern, wer sich für sowas interessiert, sollte sich mal im Geschäft ein bisschen durchprobieren. Damit bleibt, ich bin mit Heizsocken zufrieden und einverstanden, aber kann auch sehr gut nachvollziehen, wenn man das nicht so sieht. Somit bleibt das Fazit letztlich durchmischt. Wenn euch der heutige Test gefallen hat, werft mir gerne einen Kaffee in die Kaffeekasse für den nächsten Bugatti. Alle Infos dazu findet ihr hier eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!